Hallo, ich bin Sir Matthias. Heute gibt es ein sehr interessantes Beobachtungsvideo von meiner Riesenvogelspinne, die Rachel, eine Terraposa Styrmi und was sie gerade macht, ist die Morgentoilette, sie putzt sich ausgiebig, zuerst an den Spinnwazen, das macht sie mit voller Ausdauer und vollem Elan, oder eine richtige Diva, wenn man sie so beobachtet. Dann kommen die ganze Beine, einzeln werden durchgeknetet und bewegt, wie eine Art Gymnastik sieht es aus. Denn ihr müsst wissen, Vogelspinnen sind sehr reinige Tiere, sie legen ihre Essensreste auch in eine Ecke des Cerrariums, immer in dieselbe Ecke und damit ihr Schlafplatz auch sauber bleibt, wird er sauber ausgesponnen, wie ein Teppich, also würde ich sehr interessant zu beobachten. Und meine Rachel strahlt dabei so eine Ruhe aus und Gelassenheit, dass ich bin hin und weg. Das macht es viel Spaß, sie dabei zu beobachten. Schau mal diese Hingabe. Jedes Bein kommt dran und versucht an der anderen Stelle des Körpers zu putzen, wird sich von niemandem stören. Okay, lasst das Video jetzt weiterlaufen. Wenn es euch gefallen hat, lass bitte einen Like da. Ansonsten see you later, bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020